was geht ab meine crypto freunde herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal bezahlen die notenbanken die regierungen fragezeichen das wird interessant ich habe euch da charts mitgebracht die werden euch zum teil aus den socken hauen jetzt magst du vielleicht sagen aber was interessiert mich das ob die notenbanken die regierungen finanzieren mich interessieren nur die kryptos dann sage ich dir wenn du das geldsystem nicht verstehst wirst du krypto niemals richtig verstehen deswegen ist es so wichtig genau zu verstehen was machen die notenbanken was passiert an den aktienmärkten und was passiert im kryptomarkt das gesamtbild gilt es zu verstehen und dann verstehst du auch ganz genau in welche richtung der bitcoin geht dann verstehst du in welche richtung die altcoins gehen weil hier die die globale liquidität letztendlich ausschlaggebend ist und die globale liquidität wird vor allem sehr maßgeblich bestimmt durch die notenbanken auf der einen einen seite und die regierungen auf der anderen seite und was da im hintergrund passiert worüber selten berichtet wird das schauen wir uns heute an ich würde sagen wir gehen direkt rein zunächst erstmal am freitag sind die aktienmärkte gestiegen hier der s&p hat eine krasse rallye hingelegt alle haben sich gefreut ja aber kaum einer wusste warum andere haben sich gefreut bau denn es der heck ist voll nach oben gegangen 1,44 prozent auch am freitag ja alle märkte gehen nach oben was ist denn da los ja da sage ich immer schau dir die liquidität an die liquidität wovon geht die aus von den notenbanken dieser welt und da habe ich euch hier ein artikel von zero hedge mitgebracht und es gibt diese quellen man muss sie nur finden das heißt ich bin nicht der einzige der das erkennt es gibt noch andere ja du musst nur ein bisschen recherchieren dann findest du die schon und er schreibt hier treasury is going to issue mobiles entfällt wohl bei dem as well das bedeutet das bedeutet nichts anderes als dass die us-regierung mehr zettel raus gibt nämlich staatsanleihen was letztendlich nur ein stück papier ist also die us-regierung gibt ein stück papier raus und gibt das der fett und die fett gibt der us-regierung im gegenzug geld das heißt us die die fett kauft den papier fetzen von der us-regierung so jetzt stellt sie die frage ja okay wie wieso kauft die fett da den papier fetzen der sich staatsanleihen nennt wieso kauft die fett die staatsanleihen von der von der regierung naja irgendwie hängt ja alles mit allem zusammen und wenn die regierung geld braucht wo kommt es wohl her du verstehst es aus dem money printer ja so läuft der hase das heißt wenn die beiden regierung oder die trump regierung oder irgendeine andere vorige vorige regierung geld braucht dann schreibt sie wieder ein stück zettel gibt es der fett und die fett wie kauft die das wohl die druck das geld und zwar digital stellt ihr einfach ein ja 100 milliarden kein problem hier lieber joe hast du deine 100 milliarden kann seine ganze programme fahren ja so läuft der hase im hintergrund und weil diese nachricht rausgekommen ist gestern dass hier weiter zettel ausgestellt werden von der us-regierung die die notenbank abkauft bedeutet das nichts anderes als dass weiter liquidität ins system gepumpt wird denn das geld wird gedruckt wird der us-regierung gegeben und die us-regierung schießt natürlich in die märkte beziehungsweise in die wirtschaft und immer wenn die geldmenge sich ausdehnt in so einem fall steigen die aktienmärkte ja das heißt die liquidität treibt die märkte und das war der grund warum der s&p und der nasdaq so krass gestiegen sind und das ist der grund warum sie weiter steigen werde denn die us-regierung braucht ja auch in zukunft geld bevor wir zu dem chinesischen tat gehen schauen wir hier erst den chart zur us-regierung an und was wir hier sehen us national debt rising one trillion was auf deutsch billionen ist in 100 tage eine million an schulden zugelegt in untertagen hat die us-regierung ja wie hat es gemacht hat einfach ein paar zettel papier geschrieben die in summe eine milliarde betragen quasi und hat eben die milliarde von der us-notenbank oder wiesen kriegt das heißt ich schreibe doch einen zettel hier ich möchte möchte nicht eine milliarde eine billionen haben und sagen wir mal das sind 100 zettel also 100 staatsanleihen nehmen wir mal an ja und auf jeden zettel schreibt sie eine milliarde bitte drauf und was macht die fed die sagen ja die kauf ich alle ab und drucke das geld und gibt ihr die eine billion in den 100 tagen ja und so läuft der hase ja und dementsprechend ist angestiegen die staatsverschuldung in den usa von 32 auf 33 billionen us-dollar und von 34 auf 35 billionen us-dollar dauert jetzt nur noch 95 tage ja das heißt es werden immer mehr schulden in einer immer kürzeren zeit aufgenommen weil das natürlich ein teufelskreis ist ja weil auf die schulden kommen ja noch zinsen und so weiter und so fort das muss ja auch noch alles bedient werden und wenn man sich einmal an die gelddroge gewöhnt ja ist das wie ein drogenabhängiger der braucht auch immer mehr so läuft der hase ja und schau mal hier war rein dann sehen wir hier im prinzip und zwar seit 2018 ja da waren wir hier noch bei 21 billionen hat sich hier die staatsverschuldung ja ich will nicht sagen verdoppelt ja aber mehr als 50 prozent hat sie zugelegt seit 2018 wie verrückt ist das denn das heißt der money printer fährt immer wilder dreht komplett durchdruckt das geld schustert dass der amerikanischen regierung wer auch immer da gerade an der macht ist zu und die kann das geld natürlich in die märkte schießen und was passiert natürlich mit den aktienmärkten die gehen zufällig in die ähnliche rechnung ist bestimmt alles zufall hat gar nichts miteinander zu tun ja so läuft da sie im prinzip ja und jetzt schauen wir mal weiter und zwar nach china da sehen wir die chinesen und zwar hier haben wir die geldmenge m1 in braun und wie ich ja schon gesagt habe die chinesen die chinesische regierung in kombination natürlich mit der chinesischen notenbank du weißt wie da so läuft hat mitte januar angefangen geld ins system zu schießen und hier sehen was auch die geldmenge wächst seitdem in china wieder an was nichts anderes bedeutet dass sich die globale liquidität weiter ausdehnt weil jede notenbank hat natürlich ein share an der globalen liquidität und das ist natürlich sensationell wieder für den bitcoin und für die kryptos und natürlich für die aktienmärkte so läuft der hase das heißt die chinesischen aktienmärkte ich habe den chart gerade gestern im video gezeigt beziehungsweise vorgestern da kannst du gern dir das video von vorgestern mal anschauen oh die gehen auch zufällig seit mitte januar wieder nach oben nachdem sie vorher zwei jahre lang runtergegangen sind gehen sie zufällig ab mitte januar nach oben ein schelm wer da böses denkt ja also ich denke die zusammenhänge sind hier klar die geldmenge treibt die aktienmärkte die liquidität treibt die märkte wie ich es schon die ganze zeit sage den chart hatten wir schon mit der us-staatsverschuldung und hier ganz interessant das ist ein chart jetzt den wir an solche daten kommt man sehr sehr selten da muss man auch lange suchen ja das sind ja daten von bloomberg und was wir hier sehen sind die financial conditions in aus den usa und aus der eurozone und gerade die eurozone die ezb die hält sich ja mit veröffentlichung von solchen daten sehr sehr zurück also die veröffentlicht schon daten aber nicht die relevanten daten macht es natürlich schon klar ja wir sind doch transparent wir geben doch genügend daten heraus aber leider nicht die relevanten daten und dementsprechend sind solche grafiken hier besonders wertvoll warum weil hier sieht man tatsächlich mal die entwicklung der financial conditions in der eurozone nach unten werden die financial conditions laxer hingegen nach oben werden sie straffer das bedeutet financial conditions ist immer eine kombination aus zinsen und geldmenge und das heißt wenn hier die linie nach unten geht beispielsweise der graf der blaue graf nach unten geht dann bedeutet das die financial conditions der us-regierungen werden laxer es wird mehr geld ins system gepumpt und hingegen wenn es nach oben geht sowie beispielsweise ende 2021 bis 2022 hinein dann bedeutet das die geldpolitik ist straffer in einem straffungszyklus also im quantitative tightening wenn man so will und das gegenteil ist das quantitative easing also wenn die financial conditions softer werden und was wir hier sehen und das ist ganz interessant die us-regierungen das wissen wir ja schon durch die fed netto liquidität die geht ja schon seit ende oktober 20 oder seit oktober 2022 schießt die fed wieder geld ins system und das sehen wir hier die financial conditions werden laxer ja darüber redet natürlich der jerome paul nicht ja und auch auf der pressekonferenz von jerome paul stellt da keiner fragen zu alle reden nur über die hohen zinsen ja und die inflation muss ja zurückkommen ja wäre der notenbank die inflation so wichtig dann würde sie nicht hinten rum durch die hintertür die ganze liquidität ins system schießen ja und wie wird die liquidität ins system geschossen in dem die treasury bild also die staatsanleihen die papiere von der us-regierung abgekauft werden also es wird ein papier der joe beiden unterzeichneten papier hier eine billionen brauche ich und da sagte jerome ja klar die kriegst du mir mein lieber joe hier ich drück kurz auf den knopf und zack ist digital die billionen auf einmal da ist das geil oder ich schicke direkt rüber und du gibst mir dafür dein papier fetzen alles klar und da sehen wir die financial conditions gehen eben schon seit oktober 20 22 zurück in den usa das wissen wir ja auch schon ja deswegen gehen ja seit seitdem auch die aktienmärkte nach oben aber und jetzt komme ich auf das interessante thema die eurozone schauen wir da mal hin und das sind daten die man nur sehr sehr schwer findet und wo die ezb mich sich sehr sehr zurückhält und da sehen wir die financial conditions sind die ganze zeit straffer geworden in der eurozone und zwar im prinzip seit 20 ende 20 21 sind die straff geworden bis ich würde mal schätzen oktober 2023 november vielleicht genau und wir wissen ja auch genau das gegen ende letzten jahres die geldmenge m1 und m2 sich bei der ezb wieder ausgedehnt hat und das sehen wir auch hier es geht hier wieder nach unten also die ezb fängt seit dem letzten quartal 2023 an wieder geld ins system zu pumpen und jetzt musst du dir folgendes vorstellen warum läuft die europäische wirtschaft so viel schwächer so viel schlechter als die us-wirtschaft weil die ezb und das sind hier die zusammenhänge zwischen der realwirtschaft und dem finanzsystem weil hier die ezb in einem straffungs zyklus war bis ende 20 23 und dadurch ist die eurozone in die rezession gerutscht vor allem deutschland schmiert ja komplett stark ab ja weil eben auch die liquidität in der wirtschaft fehlt ja weil die ja schuldenbremse in deutschland ja angeblich so wichtig ist ja und dementsprechend rutscht hier die deutschland viel stärker noch in die rezession aber auch die eurozone ist in der rezession jetzt scheinen gegen ende 2023 christine lagart und diejenigen die den europäischen money printer kontrollieren also den money printer in der eurozone um genau zu sein die haben gesagt okay jetzt reicht es mal so langsam mit rezession und so weiter jetzt müssen wir mal schauen dass man hier den money printer abschweißen damit das wieder in die richtige richtung geht deswegen kannst du auch erwarten dass wir jetzt wieder leichtes wachstum bekommen weil das sind natürlich auch time lags die hier auftreten ja bis das wachstum dann in der realwirtschaft auch sichtbar wird und weil das geld muss ja erst noch investiert werden und so weiter und so fort und dementsprechend gehe ich von aus dass die ezb hier auch wieder in einem in einem lockerungszyklus übergeht und liquidität ins system punkt das heißt neuerdings haben wir nicht nur die ezb die geld ins system punkt punkt sondern auch die chinesische notenbank die ja im januar 2024 dazu gekommen ist und die us-regierung die druckte wie verrückt schon seit anderthalb jahren also von daher das ist eigentlich der maßgebliche punkt die drei größten notenbanken der welt wenn man so will die us-notenbank allen voran druck geld das ist sensationell die ezb druck seit ende 20 23 geld und seit anfang 20 24 jetzt auch die chinesische notenbank und das bedeutet nichts als dass ich auch für die realwirtschaft erwarte dass hier wieder das ganze so langsam ins positive wachstum kommt in der eurozone im laufe dieses jahres auch in china gehe ich von aus dass der money printer richtig hart heiß laufen wird und dementsprechend hier das wachstum kommen wird wobei hier natürlich auch nicht zu verachten sind beim chinesischen wachstum dass die amerikaner hier im wirtschaftskrieg mit den europäern gegen die chinesen laufen fahren und dementsprechend wird es auch darauf ankommen wie hart dieser wirtschaftskrieg die chinesische wirtschaft noch treffen werden deswegen ist da china ein bisschen schwieriger einzuschätzen ich gehe aber von aus dass aufgrund des money printers und der liquidität hier auch wieder china zu etwas höheren wachstumsraten im laufe des jahres kommen wird ich weiß nicht wie deine einschätzung ist schreibt mir erst gerne mal in die kommentare wenn dir das video so weit gefällt und du daraus was für dich mitnehmen kannst was lernen kannst dann leite gerne das video und abonniere gerne den kanal und jetzt schauen wir uns das spielen mal an was zwischen den notenbanken und den regierungen läuft und zwar schon ein bisschen länger und da habe ich euch jetzt ein chart mitgebracht und ich habe ja schon in dem einen oder anderen video erwähnt dass unser finanzsystem vor allem seit der finanzkrise 2007 2008 aus den fugen geraten ist und seitdem auch nicht mehr normal läuft ja das ist quasi wie ein drogen abhängiger der dauernd auf drogen ist so läuft unser finanzsystem aktuell ja weil eben 2007 2008 das ganze offenbart hat dass das nicht nachhaltig ist und eben zu verwerfungen führt wenn man eben seit 1971 den goldstandard nicht mehr hat und seitdem geld drucken kann und dementsprechend führt das früher oder später zu verwerfungen im finanzsystem warum weil die anreizstrukturen nicht mehr so funktionieren wie sie in einem gesunden geldsystem funktionieren würden und was sehen wir hier wir sehen die fed bilanz das balance sheet und wir sehen hier dass in blau hier die banken gerettet wurden ja da hat die us notenbank die banken mit liquidität geflutet und so den bankensektor gerettet nach dem jahr lehman brothers pleite gegangen ist und damit da kein kaskadeneffekt entsteht ist die us notenbank eingesprungen was wir auch sehen die us notenbank hat den banken die ganzen schrottpapiere was die immobilienkredite angeht abgekauft ja es war ja eine immobilienblase weil eben jeder einen kredit bekommen hat der nur in 400 euro job hat hat eine mio kredit bekommen für sein haus ja wie du zurückzahlt mir egal ich bin banker ich bekomme eben boni wenn ich den kredit geben ist mir scheiß egal wie deine bonität ist ich gebe dir einfach den kredit so lief das im prinzip ja und dementsprechend konnten dann bei den zins anhebungen in der folge die häusle die die privatpersonen mit ihren 400 euro jobs die kredite nicht mehr bedienen weil die zinsen angestiegen sind und die hatten ja keine zinsbindung und dementsprechend ist dann einer nach dem anderen ausgefallen und dementsprechend gab es dann den kaskadeneffekt im immobiliensektor und wir sehen die us notenbank hat diese ganzen schrottpapiere abgekauft das heißt die finanzkrise 2007 2008 ist nicht weg die steckt nur in der bilanz der us notenbank ja wie verrückt ist das denn und als ob das nicht reicht was macht die us notenbank seit jeher und das sehen wir hier in hellgrau sie finanziert die regierungen weil was haben wir hier staatsanleihen staatsanleihen wie ich eben schon gesagt habe ist quasi die regierungen und hier hatten wir george busch dann obama dann trump und so weiter und so fort und das geht natürlich noch viel exzessiver bis heute der chart hört leider 2017 auf aber im prinzip kannst du ja weiter denken wie der hase läuft ja die regierungen haben immer dieses stück zettelpapiere ausgefüllt der fed gegeben und die fed hat der regierung immer geld gegeben und zwar wir sprechen hier von milliarden inzwischen sind wir natürlich da auch schon im billionenbereich und daran siehst du die us notenbank finanziert die us-regierung ja und wie läuft der hase indem man ein stück zettel papier ausbild und dafür bekommt man geld stelle mal vor du könntest es machen wie geil wäre das und dann wenn du dir das vorstellst wie wäre denn dein ausgabenverhalten wenn du einfach sagen könnte ich schreibe mal eine milliarde drauf hier ezb bitte überweist mir das geld würde jeder machen wie verrückt und dementsprechend geben auch die staaten wie verrückt geld aus weil es doch viel einfacher ja und die bevölkerung denkt ja sie bekommt wieder wachgeschenke und so weiter und so fort dass das natürlich auf kosten der inflation geht früher oder später ja so schaut ihr doch mal an wie die immobilienpreise in den letzten 20 jahren angestiegen sind ja und dass das natürlich früher oder später auf kosten vom eigenen leiten standard geht was die kaufkraft angeht schau dir mal was macht ein rentner mit 1500 euro rente heute kann er noch einigermaßen von leben von der rente manche haben vielleicht sogar nur 1000 euro ja die kaufkraft geht komplett verloren ja genauso ist es natürlich bei der privaten vorsorge wenn man sagt okay man hat einen sparplan gemacht ja oder hat hier eine riesta rente abgeschlossen oder was auch immer ja oder noch schlimmer lebensversicherung mit drei vier fünf prozent rendite ja die inflation ist aber da war auch bei 15 prozent ja und so wird eben die gesellschaft unterm strich ausgesaugt wenn man so will ja und so läuft eben der hase das heißt die notenbanken finanzieren die regierung ich denke klarer wird sie nicht ja und ansonsten schauen wir jetzt auf die ezb was hat die denn gemacht und da sehen wir hier in blau die ezb hat eigentlich schon seit anbeginn der zeit den bankensektor gestützt und den banken geld gegeben ja und wenn natürlich die banken die ganzen kredite abgekauft bekommen hier übrigens auch seit 2007 wurden wurde noch mehr liquidität den banken gegeben und hier war noch die griechenland krise wo ja by the way die europäischen banken gerettet wurden ja französische und deutsche banken die vorher den griechen kredite gegeben haben und die griechen das nicht zurückzahlen konnten was ja unterm strich nichts anderes als eine rettung der eigenen heimischen banken ist was die ezb damals gemacht hat und jetzt musst du dir folgende situation vorstellen stell dir mal vor du kannst ein risiko eingehen und muss aber nicht haften die ganzen bank manager die die ganzen immobilienkredite und sonstige kredite vergeben haben vor 2007 und auch jetzt noch ja die wisst die wissen ja jetzt naja wenn irgendwas kollabiert wir sind eh to big to fail dann kauft die notenbank uns das ab was für ein anreizsystem haben die bank manager wohl die machen einfach weiter wie bisher warum weil sie können die risiken eingehen können die rendite mitnehmen und müssen aber nicht haften weil die notenbank schießt ja die liquidität rein und kauft diese ganzen schrottpapiere ab ist ungefähr so stelle vor du kannst in supermarkt gehen kannst ja alles mitnehmen muss gar nicht an die kasse kann es einfach vorbei laufen und kann sein gehen und muss gar nicht dafür haften so läuft das im bankensektor wenn man so will es ist wilder westen und wenn du denkst da hat sich irgendwas daran geändert ich sage dir da wird sich gar nichts mehr dran ändern im gegenteil das wird noch schlimmer weil jetzt musst du dir ja vorstellen dass die banken inzwischen die notenbanken gekapert haben wie weil die banken können immer mehr verrückte kredite verkaufen mit irgendwelchen risiken ja und wenn dann zehn jahre später die risiken zuschlagen da sind die bank manager schon längst weg über alle berge und retten muss ja dann wieder die notenbank weil sonst kollabiert ja unser finanzsystem das heißt am längeren hebel sitzt inzwischen nicht mehr die notenbank ja sondern am längeren hebel sitzen inzwischen die banken weil sie genau wissen die notenbank kann gar nicht anders als uns retten weil wir sind ja to big to fail so läuft der hause das heißt die banken haben die notenbanken gekapert und hier siehst du in der eurozone dass auch seit jeher die ezb die staaten finanziert hat nämlich in grau hier unten auch die anleihen wieder also die papierzettel von den regierungen an die ezb bitte doch geld zu überweisen ja so läuft der hase ja wenn der olaf geld braucht ja zum beispiel für den doppelbums ja zum beispiel für die wärmepumpen um das zu subventionieren oder zum beispiel für die bundeswehr oder wenn die eurozone die eu mal geld braucht wenn die eu geld braucht für 100 milliarden an selensky an die ukraine woher kommt das geld wohl ja der money printer war schon immer die voraussetzung um umsatz mit krieg zu machen deswegen wurde der goldstandard 1971 gelöst also die notenbank hat sich vom goldstandard verabschiedet warum weil man den vietnam krieg nicht mehr finanzieren konnte und damit man da schön weitermachen kann musste man die trennung vom goldstandard vornehmen und zum money printen übergehen und so läuft der hase halt auch heute noch und die regierungen werden eben bezahlt von den notenbanken und deswegen meine frage in nach welchem interesse handeln die notenbanken handeln die regierung nach demjenigen der sie wählt oder demjenigen der sie bezahlt darfst du dreimal raten ich denke du kannst dir deinen teil denken was hier läuft schon mal weiter schauen uns die bank of england an vielleicht ist es da ja ein bisschen anders und was sehen wir auch zufällig auch 2007 2008 wurden erst die banken raus gekauft hier in blau und die staatsfinanzierung die war vorher so niedrig ach komm geben wir der regierung noch mehr geld damit zu allem möglichen kram finanzieren kann ja und vor allem das schulden mit wieder neuen schulden getilgt werden können und so weiter und so fort schau mal in was für ein ausmaß ich würde sagen großbritannien und deswegen ist das britische fund auch auf dem weg nach unten weil hier die notenbank im verhältnis zum bib so viel geld druckt ja und hier so krass die regierung bezahlt finanziert ja dass hier die geldmenge so stark ansteigt dass eben das britische fund was früher mal echte stärke hatte inzwischen richtig schwach geworden ist und immer schwächer wird weil das ist ja hier eine exponentielle funktion ja wenn du das hier durchzeichnet beispielsweise wenn wir das noch bis heute zeichnen würden da kam ja dann noch corona ukraine krieg und so weiter und so fort ja dann ist das eine krasse exponentielle funktion ja und das ist nichts anderes als dass wir näher zum ende von unserem geldsystem kommen und da meine ich das ende vom britischen fund als auch dem ende des euros als auch dem ende des us-dollars ja und deswegen wird auch gerade im hintergrund die das digitale zentralbank geld in den letzten zügen fertig gemacht was meiner meinung nach wahrscheinlich dann kommen wird ja weil wie soll es sonst so weitergehen ja du spürst doch wenn du einkaufen gehst dass der euro heute kaum noch was wert ist im vergleich vor 15 jahren oder wenn du dich noch an die d mark erinnerst ja das war noch ganz andere zeiten und das sind eben die folgeeffekte und den chart hatte schon gestern gezeigt und hier sehen wir es wieder mit der netto liquidität ja hier noch mal im abschluss das wollte ich noch mal ganz kurzen aktuellen chart dazu zeigen die netto liquidität der us-notenbank hier sehen was steigt seit ende september anfang oktober 2022 entsprechend wieder an liquidität wird ins system geschossen wenn du hier schon länger auf dem kanal bist dann hast du den chart sicher schon gesehen und das bedeutet wunder seitdem gehen die märkte nach oben seitdem geht der bitcoin nach oben ja ich denke du hast verstanden wie der hase läuft ja und so läuft es im hintergrund so werden regierungen finanziert und dementsprechend spiegeln die handlungen der regierungen auch nicht unbedingt immer den wähler willen wieder ja was natürlich zu bedenken gibt was sagst du dazu ist ist es ein ponzi scheme ist das ein verrückter verrücktes geldsystem ein aus den fugen geraten das geldsystem wie siehst du die sache wie lange kann das noch weitergehen schreibt mir es gerne unten in die kommentare wenn dir das video gefallen hat und du etwas zurückgeben möchtest du den kanal unterstützen möchtest und möchtest dass mehr leute diese informationen erhalten dann leike das video abonniere den kanal und teile das video mit den leuten wo du denkst die sollten das unbedingt wissen worüber ich hier gesprochen habe und ansonsten würde ich sagen denke immer an eine sache folge immer dem money printer denn du kannst das ganze nutzen mit den kryptos der money printer ist dein freund in diesem sinne ich bin raus ich bin raus